Wir hören einfach mal rein, wir sehen, er hat 162 Abos. 20.000 Leute schreiben mich immer an und fragen, ob ich die pushe, um auf YouTube groß zu werden. Aber ich sag euch, Realtalk, aktuell, zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden, war es noch nie so einfach, auf YouTube groß zu werden. Wenn du wirklich guten Content machst, wird früher oder später irgendwann immer jemand auf dich reacten. Also bis hierher, Freunde, erstmal bis hierher, so viel Bearbeitung schon reingesteckt, das hat manch ein großer YouTuber nicht einmal. Warum hat er 1 zu 1 meinen Namen? Hä, wie geht das? Und jetzt kommen wir zu dem tricky Ding, Leute. Der macht das mit Hotkeys, weil das ist ein Soundbot-Trolling. Aber das ist kein 0815-Soundbot-Trolling, Leute. Bruder, ich brauchst denn selber einen Soundbot hier, was los? Ey, guck mal, wie krass das ist, er killt einen und macht direkt danach die Soundhub ein. Die Leute müssen denken, dass das... Also das ist... Wahrscheinlich wäre ich selber auch drauf reingefallen. Darf ich dir Freundesanfrage schicken? Nein. Jo, komplett so. Das darf ich dir Freundschaften... Nein. Arian, beleidigt Spieler in Reden Duos, Fortnite Soundbot-Trolling. Oh Gott. Ey, er hat einfach meinen Namen geklaut. Apokalypto Red. Wie macht er, Junge, das? Bist du bitte abgesprungen? Wo bist du denn? Komm hier, komm hier. Nein, nein. Wie bist du bitte abgesprungen? Wo bist du denn? Ey, von wo hat er das überhaupt? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesagt habe. Deine Eltern erlauben dir trotzdem Fortnite zu spielen. Ey, 25, dein Eltern erlauben dir trotzdem Fortnite zu spielen. Jo, Lille, was geht? Hier ist wieder Olympix. Ich möchte mich für die 50.000 Abonnenten auf diesem Kanal bedanken. Es ist einfach zu krass, was ihr mir in den letzten Monaten ermöglicht habt. Ich hätte mir nicht mal vorgestellt, die 1.000 Abonnenten in diesem Jahr zu erreichen. Ich bedanke mich bei der ganzen Community und den ganzen YouTubern, die mich auf dem Weg unterstützt haben. Ganz besonderes Dankeschön an Vice Studio und Alex SpielTV. Ich glaube, ohne euch wäre ich nie so weit, wie ich jetzt aktuell bin. Vor ein paar Monaten, als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich mir nie gedacht, dass es so weit in diese Richtung gehen wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der auf den Abo-Button gedrückt hat. Das bedeutet mir sehr viel, Freunde. Wir sind einfach schon 50.000 Leute. Ihr seid die Community und ohne euch wäre dieser Kanal nichts gewesen. Das war es auch schon mit einem kurzen Video. Ich wollte einfach nur Danke sagen an jeden Einzelnen da draußen, der hinter mir steht und mich so hart unterstützt. Für heute bin ich aber raus. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.